so also schauen wir mal was sich zwischen den beiden bäumen hier hinter mir abspielt es ist trocken es ist abend wir haben ein bisschen zeit gehen wir mal in den hauswald also 30 grad die letzten 14 tage regen fehlanzeige nur mal schauen ob es wirklich keine pilze gibt also das wird eine challenge kommt doch mal mit pilze in der trockenheit also pilzfreunde gestartet kaum aus dem auto raus und wir sehen seht ihr es da unten zwei pilze und so sollte das sein so jetzt gucken wir uns mal an was das ist also es ist trocken hier man hört knirschen aber am wegrand ist es etwas feucht und hier kann man das ganz gut sehen ich habe heute verstärkung wieder dabei kommen hier kameramann bisschen näher an die pilze und hier kann man mal schauen was das wohl ist also man kann ganz gut hier unten drunter die röhren sehen und hier noch die huthaut die hier geschlossen ist und oben die gelben töne das sind die lärchen röhrlinge und lärchen gibt sie auch im hintergrund ist natürlich ein essbarer speisepilz und das geht gut los und da ist es in der regel so wo einer ist da ist auch noch einer der hier der ist schon ein bisschen älter da unten sieht man wieder die röhren und noch ganz frisch also start in den bildstag unverhofft leuchtet orange rot im wald da es wäre frisch gewachsen schauen wir uns zusammen an ich sehe noch ein also seltene pilze pilze die man auch nicht ernten darf ich zeige euch hier kann man schön das mit zähl sehen seht ihr das und jetzt gucken wir mal ob ich drunter filmen kann hier schön der stil zu sehen knackig fest ein röhrling ja die braunporigen hier buchenrauffuß röhrlinge oder auch gelber buchenrauffuß genannt ein essbarer pilz nicht jeder verträgt den xerokom säure syndrom allergien und ähnliches aber der pilz ist streng geschützt und steht unter artenschutz auf der roten liste darf auch in deutschland nicht gesammelt werden wunderschöner röhrling da hinten noch einer also wirklich ein toller pilz aber wie gesagt sammelverbot und wir halten uns dran ja und die sind einfach so schön lasst sie uns doch einfach genießen wunderschöne burschen und hier kann man noch mal sehen warum der porzellanpilz porzellanpilz heißt oder im buchen schleimrübling also da ist doch nameprogramm wunderschön schaut mal wieder hier da auf der buche wächst ins trockenes und warm da verbergen sich manchmal meine lieblings pilze seht ihr den da unten ein täubling grün man sieht von hier die felderung das ist natürlich ein wärme liebender pilz oft schon viel früher im jahr und eben jetzt auch noch mal also wir haben es hier um die 30 grad nicht ganz frisch spitz zulaufend natürlich lamellen und hier oben kann man gut sehen warum er auch grün gefelderter täubling heißt ein mild schmeckender nussiger pilz fest in der konsistenz und könnte hier sehen die felderung mustergültig zu erkennen fast wie so eine art landkarte und das ist eine der besten speisepilze und für mich eigentlich der beste speisepilz nicht also da lasse ich steinpilze gern für stehen mild nussig fest knackig also ein wirklich leckerer kandidat der grün gefelderte täubling also das kann sich sehen lassen und um die zeit gut zu finden aber eigentlich viel früher im jahr ist der 2 oktober und da ist es schon ungewöhnlich wunderschön pilze in der abendsonne ein flockenstieliger hexenröhrling richtig also pilze die hier die wärme mögen und der ist noch jung der kommt hier raus und da kann man sehen leichter trockenschaden aber noch gut der verfärbt sich jetzt natürlich extrem dunkel macht ja auch nichts also müssen die mithylen schienelone nicht die sich durch die entsprechenden variegatsäuren bilden so also wir haben hier unten drunter die roten jetzt kann man sehen röhrenmündungen hier natürlich der flockige stehe die obligaten diese dunklen schwarzen verfärbung und das samtige braune hut flottenstielige hexenröhrlinge ja immer wieder beeindruckend die färbung einer der besten speise pilze die nehmen gern mit also röhrlinge am abend wenn die sonne untergeht viel schöner geht es doch gar nicht im wald und hier auch im trockenen wald finden sich die burschen also semmelstoppel pilze jeder rotbraune semmelstoppel pilz toller speisepilz gerade in unserer gegend hier der eben weniger probleme hatte mit den chernobyl fallout das problem bei der ganzen geschichte ist natürlich dass die cesium 137 extrem anreichern können und einer der pilze sind die gemonitort werden also wenn euch sowas interessiert am bundesministerium für strahlenschutz kann euch gerne auch den link schicken kann man die pilze einschicken und mal untersuchen lassen wie auch die aktuelle strahlenbelastung sehen ich weiß bei uns ist es kein problem also nehmen mit und das ist natürlich ein fantastischer speisepilz und einer von pilzfraus lieblingen das war doch noch ein ordentlicher pilz abend schaut mal schön auch die riesenporlinge am start hier an der buche also man kann sehen diesen spät für dieses jahr kommt sonst viel viel früher bei uns im juni jetzt ist oktober aber man kann die theoretisch essen wenn die unten drunter noch rein weiß sind nicht also das kann man ja sehen noch nicht irgendwie verfärbt die würden sich auch so schwärzlich verfärben ich lasse die in ruhe kann man die panieren und wie ein schnitzel braten ist irgendwie nicht unbedingt der knaller schmeckt sowas wie zwischen naja muss man es muss man nicht essen kann man essen vielleicht ein bisschen wie schuhsohle wenn sie älter sind ich finde es als fleischersatz nicht schlecht ich esse die auch gelegentlich heute lassen wir die mal da also riesenporlänge aber ich bin immerhin überrascht also der kopf wäre schon voll hätte man den gewollt ja da ist der nächste pilz also die wachsen hier entlang und hier kann man wieder erkennen die sind auch ganz frisch gewachsen also keinerlei made hier im pilz und das ist natürlich der kuhröhrling sieht ähnlich aus wie der lärchenröhrling ist aber ein anderer von den röhrlingen noch einer bei den kleinen muss man immer noch mal genauer hingucken dass man sich bloß nicht eine verwechslung einfängt und weiter geht's vielleicht wird es der tag der röhrlinge und da ist der nächste pilz also vielleicht nichts für die pfanne aber schaut mal frisch gewachsen obendrauf sehen wir rostbraunes sporenpulver hofjureffekt so jetzt sieht man es und man sieht auch dass der dann glänzt die lackporlinge und das ist der rostbraune oder hier der malerpilz der lackporling und das ist interessant der pilz ich zeige euch das mal da kann man wirklich drauf schreiben deswegen heißt er auch so also es ist irgendwie unglaublich ich zeige euch das und das lustige ist wenn ihr den pilz dann trocknen lasst dann wird er braun und die schrift kann man immer noch lesen oft stehen die dann auf stammtischen das sind heil und vital pilz der maler pilz habe euch zu den inhaltsstoffen ein video gemacht interessiert euch das dann schaut es euch an und interessant bei dem pilz ist noch was anderes der wird oben wärmer weil er dunkel ist und drunter eben dann so ein bisschen kühler und ähnlich wie beim flugzeug gibt es dann eine strömung nach oben nicht nach oben wo die luft weg zieht strömt die von unten nach und die sporen fallen von unten raus und landen auf der oberfläche und hier überall auf dem holz das heißt er verbreitet sich hier und den einen den ich jetzt hier mal zu demonstrations zwecken abgemacht hat der ist jetzt kein schaden also ihr seht ich verbreite ihn auch heil und vital pilze im wald schaut vielleicht mal unsere videos dazu der maler pilz schaut mal lange stiele und da zeige ich es euch mal nehmen sie mal ganz raus nur dass man jetzt auch mal sieht wie der pilz aussieht also da ist langstielig programm gericht nach knoblauch bisher her ich brauche gar nicht an riechen und hier unten die reste schneiden ab ich habe euch für diese würzpilze wie wir so schön nennen die knoblauch schwindlinge und hier eben der langstielige knoblauch schwindling schon bestimmungsvideos gemacht die riechen wer knoblauch mag nach knoblauch ohne dass sie nach knoblauch wirklich die ausdünstungen mitbringen also mit anderen worten ein geschmacksträger der ins essen kommt dann wieder raus und wenn euch sowas interessiert ich kochte gerne mit in den mahlzeiten das ist wirklich ein herrlicher würzpilz schaut vielleicht mal in die playliste würzpilze langstielige knoblauch schwindlinge ich mal was sagst du sie riechen wirklich nach knoblauch tun sie also weiter geht's wo geht man hin bei so einem wetter also bei uns ist das auch trocken und geht natürlich dahin wo noch feuchtigkeit steht hier fließt ein bisschen ein bach lang und man sieht hier unten das ist alles noch so ein bisschen dunkler der boden der ist durchaus noch feucht und ordentlich da gibt es pilze nicht wo es feucht ganz klar aber hier unten gibt es interessante pilze mal her pilzkind film mal ein bisschen näher und die gucken wir uns mal an was das wohl ist könnte ein speisepilz sein ist natürlich ein holz zersetzender pilz man sieht schon woran wächst an einem alten buchen hast und man sieht schon was das für ein erreger ist nicht also wenn das jetzt braun wäre oder würflich brechen dann wäre es ein entsprechender herrlicher lignin oder weißfäule pilz nicht also der braune würfliche wäre lignin ist hier nicht der fall wie watte erinnert an zellstoff also das lignin wurde zersetzt das bleibt praktisch die zellulose übrig also ein pilz der hier die weißfäule hervorruft und da kommen dann auch speisepilze in frage solche pilze müssen immer komplett entnommen werden und ich zeige euch das hier sieht man auch dass er am holz wächst wir sehen hygrofahne hüte und das ist natürlich jetzt überhaupt nichts für einsteiger film mal möglichst nahe drauf kann man an dem stiel so kleine pünktchen und schüppchen sehen da kann man es gut sehen hier die vergängliche manschette unten drunter die lamellen auf einer buche wachsend das ist natürlich das stock schwämmchen guter essbarer pilz aber eben verwechselbar mit allerhand gift pilzen und dazu mache ich euch videos zeige ich euch auch überall im kanal vergleichsvideos stock schwämmchen gifthäubling versus alle möglichen verwechslungspartner ihr seht schon ich packe die ein aber ihr seht auch ich gucke mir jeden einzelnen an denn eine verwechslung wäre fatal gifthäublinge werden natürlich tödlich giftig mal sagen schaut euch mal die bursche an das war natürlich mal eine fichte abgebrochen der rest liegt da hinten und wenn du mal da hinten hin schaust guck mal da sieht man auf der fichte besser als hier was das für ein pilz ist der da wächst da ist auch der grund wieso die hier abgebrochen ist also auch das ist natürlich ein holz zersetzender pilz und zwar ein rot randiger baumpilz das kann man hier auch wunderschön sehen wahrscheinlich immer einer der schönsten pilze im wald hier der neue zuwachs jetzt wo es feuchter geworden ist der rest stammt aus dem letzten jahr und das natürlich ein heil und vital pilz ich habe euch da videos gemacht zubereitungs videos inhaltsstoff videos schaut in der playlist wenn euch heilen mit pilzen interessiert natürlich ein antibiotisch wirksamer pilz habe ich immer in der hausapotheke als vorrat da lacht das apothekerherz also wir haben noch genug die dürfen hier bleiben hier wächst er erst los hier ist er schon zugewachsen und hier kann man auch gut sehen warum der roche rot randiger baumpilz heißt aber kommt wir brauchen noch speisepilze und das ist trotzdem ich finde die immer wieder schön und hier wächst noch ein weiterer lacktrichterling ein fleischroter lacktrichterling schauen wir uns mal an von unten ist ja noch was schnecke unterwegs ist weg ja also man kann sehen die lamellen sind noch richtig schön breit richtig schön dazwischen lamellen so ein knorbliger irgendwie immer gedreht verwundener stil den man auch hier so drehen kann fasrig der dann wieder zurückspringt man sieht das ganz gut und das ist ein essbarer pilz wenn ihr in unbelasteten regionen lebt und lacktrichterlinge gut erkennen könnt hier der fleischrote lacktrichterling auch bestimmungsvideo gezeigt auf dem kanal dann kann man die durchaus mitnehmen da ist ein anderer bursche ich weiß nicht ob man es in der abendsonne sehen kann vielleicht von oben noch etwas besser die haben so rosa töne also das sind die rosa rettich hellmenge wenn man drunter guckt sieht man auch dass die lamellen nicht so breit stehen wie bei den lacktrichterlingen auch wenn es jetzt hier fast so erscheint immer mal einen raus und das sind jetzt pilze die riechen auch so ein bisschen muffig wenn man da mal dran riecht und rettichartig vom geruch giftiger pilz enthält muskarin einer der pilze die man auf gar keinen fall essen sollte und einer der verwechslungspartner wer lacktrichterlinge sucht also vorsicht der rosa rettich hellmling vielleicht sollte ich euch mal ein bestimmungsvideo dazu machen das könnten wir eigentlich mal angehen und gegen ende der tour taucht der bursche auf also man muss ja sagen die wucht in tüten ist es jetzt nur wirklich nicht mit pilzen im moment ist sehr sehr trocken aber hier wieder ein rauffußröhrling und der darf natürlich mit wahrscheinlich ein gemeiner birkenpilz also man kann schon sehen wie das vater hier hervorquillt und der ist in einem guten zustand die sind alle maden frei das sieht man hier ganz gut und hat den typischen charakteristischen stil und das ist natürlich noch mal eine ordentliche ergänzung als eine kleine pilzmahlzeit ist es geworden und wenn ich hier so rum gucke schaut mal wer da steht also es macht dann doch wieder spaß und immer wenn man denkt es geht nichts mehr kommt ein neuer pilz daher und den holen wir uns auch also jetzt reicht es für meine mahlzeit ich brauche nicht wahnsinnig viel pilz und die eigentlich in dem walderspaß und um mich zu entspannen und ich bin gerade sehr entspannt prinzen wir grinsen wird wieder breiter gut der ist jetzt schon was älter aber immer noch gut also interessanterweise nicht vermutet und da nehmen wir uns das wofür er noch gut ist also ein paar schöne stücke werden wir sicher finden so her ihr beiden sieht fast aus wie bruder und schwester also da muss man doch sagen ist doch schön im wald guckt mal mal gucken vielleicht finden sich ja noch mehr und langsam ist der pilzkorb doch ganz nett wir haben frauenteublinge wir haben goldröhrlinge wir haben kuhröhrlinge wir haben maronen wir haben semmelstoppel pilze wir haben stockschwämmchen wir haben ein hexenröhrling wir haben mein lieblingspilz hier ein grün gefelderten täubling wir haben lacktrichterlinge also das ist doch mal eine bunte mischung und reicht mir für eine pilzmahlzeit ist doch gar nicht übel das ist nicht so viel wie immer nächstes mal muss ich dir helfen seht ihr ja aber gut der nachwuchs soll ja helfen und dann finden wir viel mehr also das nimmt doch weiter form an und für alle die auch so unter dem trockenheit leiden wie ich also hört euch das mal an also hier ist nichts wasser hier ist wirklich trocken was nicht heißt dass es keine pilze gibt wenn auch nicht viele wird's knirschen und da ist der nächste kandidat also hier gibt es dann doch mehr pilze wie erwartet es gibt immer doch mal feuchtere stellen im wald da sehen wir so einen plassenden täubling im hintergrund und zwei große frauen täublinge die sind sicher noch nicht alt gucken wir mal halamellen sind noch da also noch nicht zerfressen und der darf mit charakteristisch diese lila oliv grünen töne die wachsweichen lamellen klar toller speisepilz hier den könnte man auch essen den täubling hier ein älterer frauen täubling ja man sieht schon dass der nichts mehr ist der hat dann schon solche schimmelsporen dran der soll sich verbreiten dürfen und jetzt schauen wir uns hier mal weiter um und hier wandert wohl einer der schönsten farbtopfer im wald herum tut der war es wahrsten sinne des wortes nicht die myxomyceten die schleimpilze hier die gelbe lobblüte oder gelbe hexenbutter die eben eigentlich aus einzelnen zellen besteht eigentlich gar kein pilz ist sondern irgendwas zwischen tier pflanze aber eher ein einzeller nicht dass ich aber eben zu solchen superstrukturen zusammenfinden kann und hier das so karp als die sporenform bildet und dann temporär mehr zellig auch mal sein kann aber hier aufwanderschaft und mampft das alles rundherum schön ab und wenn euch myxomyceten interessieren ich finde eine der interessantesten pilze überhaupt im bald oder sag mal lebewesen dann schaut doch vielleicht mal unser video in der playlist an die myxomyceten und hier sind die pilze schaut mal an also immerhin birkenpilze wir sehen auch noch wunderschöne täublinge hier schaut mal da ein hexenröhrling also alles in allem ich bin für diese trockenheit auch gar nicht so unzufrieden so also pilzfreunde die pilztour neigt sich dem ende zu ich habe immerhin ein paar pilze gefunden halbe stunde der wald ist wirklich knüppeltrocken und pilzkind war mit auf ausbildungstour hat spaß gemacht und das ist doch gar nicht schlecht papa nächstes mal muss ich dir helfen weil wir haben nicht sehr viel pilze seht ihr die drei kräse hochs aber immerhin recht hat er wir gehen wieder auf tour bis bald im wald